Hallo und herzlich willkommen. Was ist unser Vorschlag für die gute Tat heute? Für euch ist sicher Weihnachten und die Einkäufe jetzt bald vorbei. Für die, für die das als letztes vorbei ist und die am meisten Stress mit damit haben bei jedem Wetter, das sind eure Paketboten, die euch die Post jetzt gerade bei den Internetbestellungen bringen. Und vielleicht ist es eine gute Idee, wenn ihr heute oder morgen euch so kleine Geschenke bereitlegt, die ihr dann bei eurem Paketboten, wenn ihr eine Sendung bringt, als kleines Dankeschön mitgeben könnt, für die Arbeit das ganze Jahr und vor allem für den Stress, den sie jetzt zu Weihnachten haben. Das war unser Vorschlag für heute. Wir würden uns freuen, wenn ein paar von euch mitmachen und wünschen euch noch alles Gute für die restlichen Tage bis Weihnachten. Danke!